Ein Vogel singt nicht, weil er eine Antwort hat, er singt, weil er ein Lied hat. So besagt es ein altes chinesisches Sprichwort. Und Vögel sind es auch, die wir Menschen seit jeher bewundern. Nicht nur wegen ihres wunderschönen Gesangs, der unwillkürlich gute Laune in uns aufkeimen lässt, sondern auch, weil sie fliegen können. Was uns Menschen ja bekanntlich nur mit aufwendiger Technik möglich ist. Vögel sind einfach faszinierend. Weshalb wir auch stets versuchen, Vögel in die Nähe unserer Häuser zu locken. Im Winter mit Vogelfutter und jetzt zum Frühling hin mit Nistplätzen. Doch Nistplatz ist ja bekanntlich nicht gleich Nistplatz. Eine Badewanne ist ja schließlich auch nicht gleich ein Wasserbett. Und schauen Sie sich doch jetzt bitte mal diese wunderbaren Schmuckstücke an. Das sind die reinsten Fünf-Sterne-Hotels für unsere gefiederten Freunde. Dabei wurde kein Detail vergessen. Tür, Fenster, Willkommensschild, Anhängerkupplung. Ja, die Räder sind sogar drehbar. Diese Nistkästen sind einfach herzallerliebst. Auch die robuste Schlaufe ist gleich mit von der Partie, dank der sich diese bezaubernden Wohnwegen schnell und einfach aufhängen lassen. Dann können die gefliederten Camper auch gleich schon einziehen. Zwei Modelle stehen zur Auswahl. Das erste mit Metalldach hat die Bestellnummer NX8332 und die 569. Das zweite ist ganz besonders detailfreudig und bunt. Mit Sitzgruppe, mit Fahrrad, mit Pflanzenecke, Satellitenschlüssel auf dem Dach und vielen, vielen mehr. Die Artikelnummer für dieses zweite Modell lautet NX8331 und die 569. Holen Sie sich jetzt diese dekorativen, ausgefallenen Schmuckstücke für Ihren Garten oder den Balkon. Die Variante mit Metalldach kostet jetzt zum TV-Sonderpreis schlanke 16,06 Euro. Und die farbenfrohe Version mit unzähligen Details liegt bei nur 18,91 Euro. Bestellen Sie am besten gleich zwei, dann können Sie nämlich einen gleich verschenken. Gerade als Mitbringsel jetzt zu Ostern einfach ideal. Bieten Sie unseren gefiederten Freunden ein sicheres und ganz besonderes Zuhause. Bestellen Sie jetzt telefonisch unter 080 51 51 3x2 oder online unter www.pearl.tv und sparen Sie dabei auch noch mit unseren TV-Sonderpreisen. Die gelten allerdings nur zwei Stunden, also greifen Sie sofort zu und sichern Sie sich Ihre Nistkisten. Viel Spaß und jede Menge süße Küken.